Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few und dem Beagle. Nun, also, ich habe mir einen Spitzstock hergestellt. In Kombination mit was auch immer. Könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen besser klappt gegen die Gegner? Das sind ja sehr viele. Hätte ich mir mal so eine Bombe gelassen. Was ist denn, was ist denn das, der Pfeil? Berserker Pfeil. Der wäre gar nicht schlecht, wenn ich damit treffen würde, ne? Oh, er war nicht damit. Komm, war immer. Au. Drei. Oh. Also, so richtig merke ich nichts davon. So richtig merke ich nichts davon, dass die... Das hast du gut erkannt, das sind Victory-Comps, wenn man gewinnt. Bitte auch. Ach, direkt ein geiler Start. Nicht? Okay, ähm... Okay, ähm... Ich habe einfach keine Ausdauer mehr. Ich glaube... Sag mal, wie lange kann man bluten und nicht verbluten? Hm-hmm. Remember, 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 the fifth of November? Der nervt mich. So ohne Ausdauer funktioniert das alles nicht. Boah, ich scheitere jetzt schon an 2, das ist doch ätzend. Er lebt immer noch. Dankeschön. Nö. Dietrich bringt mir nichts. Ich bräuchte Heilung, Leute. Ich bräuchte ganz dringende Heilung. Alles nichts. Du hast die Füge gewonnen. Warum ist Private Wuss's nicht lief zu uns? Calm down. Er ist nicht dumm. Wir haben ihn locket. Wir müssen zurück und sterben. Sie haben einen der Home-Armee getötet. Sie können jemanden aus dem Schrauben. Dann kommst du zurück 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 zum Schrauben. Dann kommst du zurück zurück zum Schrauben. Mit den einen werde ich ja geschaffen. Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht, Kumpel? Warum? Warum? Er blutet doch. Er blutet. Er blutet. Er blutet. Oh Gott. Nein. Greener ist da. Aua. Aua. Hör doch auf. Aua. Hör doch auf. just auf. Aua. Bliwut und Papiermaschee. Bliwut und Papiermaschee. Aua. Aua. Aua-ai. Aua. 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 Nein, das funktioniert so nicht. So richtig weiß ich nicht, wie ich das lösen soll, Leute. Ein Cricket-Schläger, jetzt bin ich schon wieder tot. Ich habe maximal mehr Zeit zu gucken, ob ich Heilung finde. Ach, die sind auch noch alle da. Aber guckt noch nicht aus. Immer wenn ich Akte hier beginne, sind die so richtig scheiße. Das ist ein geiler Start, aber wie soll ich das bitte mit nur einem Medikit machen? Und vor allen Dingen haben sie mir mein Flaschending da nicht mehr gelassen. Dieses Spiel hat so viel falsch gemacht, so viel. Also sie haben so ungefähr 80 Sachen falsch gemacht und 10 Sachen richtig gemacht. Der Berserker-Fall war einfach mal nutzlos. Was bräuchte ich denn für eine Feldflasche Ollis Schwarzpulver? Na, lockere Schrauben. Ah, ne? Na, lockere Schwarzpulver? Warum darf ich eigentlich... Achso. Wenn ich schon wieder Basteln ledigte. Das brauche ich gar nicht versuchen. Das brauche ich gar nicht versuchen. Wenn ich hier nicht zufällig noch irgendwas finde, brauche ich das gar nicht versuchen. Ja, brauche ich jetzt schon. Das brauche ich dir. Das brauche ich dir. Das brauche ich dir. Ich wollte wenigstens einen schon mal wegholen. Ich wollte wenigstens einen schon mal wegholen. Nein? Du musst nur viel rum unutver! Nein! Wir brauchen elf. Nein! 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 Oder sie brauchen wunder! ась! Ich häng an irgendwas... Schoss ich, häng an irgendwas... Nein! Gefinde ich stunned sein. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich Ich brauch noch mehr Ausdauer. Oh Gott, er nimmt mir meine ganze Ausdauer aber weg. Oh Gott. Keiner. So. Meine Fresse, ne. Puh, Leute, das war jetzt spektakular. Ich hoffe, ich muss nicht gegen noch mehr kämpfen, das wär sehr unschön. Warum hat er seine Axt jetzt genommen? Sind da noch mehr? Oh, bitte nicht. Gib mir doch ne Ruhepause, ey. Den hier hab ich direkt weggeholt. Mein Triumph. Was ist hier noch? Irgendwas, was ich einsammeln kann. Irgendwas. Irgendwas. Egal was. Nein. Nein. Nichts. Nichts. Warum funktioniert das nicht? Achso. Wenn da oben jetzt noch mehr sind, bin ich gearscht. Ich mein einfach. Ja, ja. Kann ich noch mehr nehmen? Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich denke, sie sind auf eine andere Bombe! Wo sind sie denn die Explosiven? Oh, warte. Sie haben etwas verloren. Nein, ich denke, sie haben ihn gefunden. Ich denke, sie haben die Füße in den Füßen. Sie sind weg von ihm. Warte mal, ich habe noch eine Minute Zeit, also... Ist hier noch irgendwas, was ich haben möchte? Ja. Habe ich jetzt alles? Ja. Das sind wichtige Dinge, Leute, wichtige Dinge. Wenn das nicht funktioniert, ich fühle mich lange nicht stupend. Trunks weg! Warte, warte von mir! Sollte das ein Loch haben? Ich glaube nicht. Aber es klingt, als hätten wir es überlebt, also... Verstehe nur Bahnhof, das trifft auf das ganze Spiel. Ja. So, was will ich denn hier? In jedem Fall. In jedem Fall. In jedem Fall. In jedem Fall. Hm... Auch das ist gut. Ah, sounded like a good idea. Was hat er denn eigentlich an Karte so? Oh, das Safe Room. So, ich suche mich wohl als erstes auf. Grabungsstelle gefunden. Bin gespannt, wo wir bei ihm so... In das Militärkampf. Ich wundere, ob dieser Soldier helfen kann. Derjenige, der den Wästler gebrochen hat. Als Orly, die Leute mögen dich nicht. Und das ist nicht nur, weil du sie gelegentlich beleidigst. Du passt einfach nicht dazu. Und wir wissen, wie wohlige Menschen behandeln, die nicht dazu passen. Du bist muskulös und ein ausgebildetes Rad. Aber wenn du das Töten von Menschen vermeiden möchtest, solltest du darauf achten, bei unerlaubten Betreten nicht gesehen zu werden. Du bist mechanisch sehr talentiert, aber du kannst kein Chemielewur verwenden. Ach so. Warum konnte Arthur quasi... Was ist das? Hab ich mehrere? Sherry Coal. Blutzucker? Really? Ollys Blutzucker sinkt mit der Zeit, wodurch er sich schlecht fühlt. Wenn dein Blutzucker zu hoch ist, nimmt Ollys Gesundheit langsam ab. Und dann ist es zu Kogo... Okay. Wenn es so niedrig ist, hat Olli weniger Gesundheit, bewegt sich langsam, ist schwächer und beleidigt Leute. Nutze eine Glukosespritze. Und was mach ich jetzt? Ich hab doch nichts davon, oder? Doch. Eine hab ich. Aber was brauche ich denn, um die Glukosespritze herzustellen? Honig. Und Spritzen. Habe ich einen Polsteranzug? Vielleicht hab ich ja schon einen. Vielleicht... 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 Wünsch ich auch nur mal einen zu haben. Ich bin kein Mal mehr, was ich denn. Ich bin kein Willkommen. Ich bin kein Willkommen. Ich bin ein Willkommen. Es kann michile nicht nur um, was ich anfangen. Oh, nein, 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 nein! Au, 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 au! Olli, rennen! Gott, wenn man die schnelle Sally gewohnt ist, dann ist das echte Qual. Na? Wie geht's euch so? Ich möchte gar nicht zu euch! Ich möchte nur hier vorne hin, ich möchte nur hier vorne hin, nur hier vorne hin! Alles gut! Oh nein, da unten wird bestimmt wieder... ...die Scheiße sein, ne? Also bringt mir das hier nichtmals was. Scheiße! Das machen sie doch jetzt nicht mit mir, oder? Okay. Schlagstock ... 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 Schleich-Outfit. Warte mal, ich kann mit ihm gar nicht mich unauffällig benehmen, ne? Kann ich nicht. Ah, schisch. Na gut. Mehr tragen wäre geil, aber dafür muss ich das hier kaufen, ne? Okay, und dann arbeite ich auf mehr tragen. Wenn. Hm. Als hätte Arthur das schon alles für uns gemacht. Okay. Ich würde sagen, ich schlafe jetzt eine Runde. In der Hoffnung. Ähm, kann ich hier irgendwo schlafen? Doch, oder? Ja doch, ich muss da hinten hin. Okay, ich hab's schon verstanden. Hör aber, da liegt was. Oh, eine Zillin irgendwo. Es ist... dann... Ah ja. Wir haben schon. Zwei Stunden reichen, glaube ich, da schon. Auf der Bad, wir hier. Das reicht schon. Oder? Oh, nee, das reicht nicht. Doch, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Oder vertue ich mich jetzt hier gerade. Müssten wir jetzt Tag haben. Gut, wir haben Tag. Dann lasst uns mal... für nächste Mal... für nächste Mal schauen. Süßes, ne? Zutaten für eine weitere Spritze holen. Zunik beschaffen. Drei leere Spritzen besorgen. Ja, die krieg ich aus dem Müll raus, ne? Oh, und das hier bitte einmal. Da geht's wieder los, Leute. Da geht's wieder los. Der Beagle sieht all die roten Pflanzen, will sie alle haben. Hm. Aber ich geh nochmal einen Moment hier rum, ob ich die, ähm... Johannesbühel... Sind die eigentlich sofort pisst, wenn die mich sehen? Oder wenn ich mich unauffällig benehme, ist denen das egal? Die scheinen in Ordnung damit zu sein, wenn ich tagsüber hier rumlaufe. Gut. Dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Hm. Wir müssten in dem Viertel sein, wo Uncle Jack ist. Meine ich. Lederfetzen? Alle ihre Spritzen findet man eigentlich im Müll immer recht gut. Mysteriöse Truhe. Das mach ich bestimmt nicht. Nicht, wo ich noch kaum Heilung habe, Leute. Nicht, wo ich noch kaum Heilung habe. Hm. Aber jetzt will ich ja mehr Ertrag bekommen. Bienen. Au. Au. Sie unterbrechen mich auch immer, ne? Ja, sie unterbrechen mich immer. Scheiße. Hm. 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 Ich glaube, ihr wisst alle, was wir jetzt zuerst machen werden. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten mit den Viechern? Ich brauche einen Polsteranzug. Dafür brauche ich aber Gegenstände. Schwierig, schwierig. Ähm. Das überlege ich mir nächstes Mal, ihr Lieben. Ich werde hier noch ein paar Pflänzchen einsammeln gehen, damit wir genug haben mit ihm. Er ist wirklich sehr langsam im Vergleich zu Sally. Eigentlich ist er ein bisschen so wie Arthur unterwegs, aber bei dem hat man ja auch angeblich nichts gemerkt. Immerhin redet er nicht, wenn er schlapp wird, sondern er macht einfach so gut. So nehme ich. Vogelbeere. Vogelbeere ist gut. Kann ich irgendwo die Bienen abflemmen oder so? Und dann ist es gut, oder? Ich weiß es einfach nicht. Naja. Ich werde mein Glück versuchen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge und haut rein.